Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Udo. Wir sind zurück in Disco Illusion. Im Rollenspiel. Aber mit lustigen Eigenschaften und Fertigkeiten. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Da ist unser Kinema... Warte mal, gibt's da hinten eigentlich noch irgendwas interessantes? Warte mal, gibt's da hinten eigentlich noch irgendwas? Oder gibt's da noch bei etwa? Das ist der Lücke, die hat uns ja die Tante erzählt. Oh, da hinten ist noch was. Was ist das? Oh, da ist eine Person! Die habe ich auch noch nichts. Was ist Samaran Butter? Was ist Samaran Butter? Was ist das? Das Mann am Bildbord an der Bühne ist sehr glücklich. Okay. Das ist Samaran-Bühne. Das Samaran-Bühne macht es leichter zu erwähnen, als Kau. Und die lokalen Koch-Farmer produzieren hohe Qualitäts- und Däriens-Staple, die Variety zu anderen Nationen-Diäten. Interessant, okay. Ziegenbutter? Ziegenmilchbutter? Ich bin widerlich. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es ein Acquired Taste ist. Okay. Wir können... Ominous, was? Ominous Daredevil Feeling. Attempt to reconstruct what happened. Ja. Naja, 92%. Das ist etwas, was wir schaffen, ja. Judging by the size of the impact and the parallel lines of burnt rubber, the cause was probably a motor vehicle. Okay. Das ist cool. The black marks on the roof indicate that the vehicle vaulted from the crater to the roof of the shack. Okay. Also, da gibt's einen Grad... Oh, gut. Also, der Crater ist das Ding, dann nicht das, was aufgetrunken ist. Mhm. Okay. Das heißt, flott für dieses Gelände, nehme ich mal an. Ah, da wo die zwei spielen, da ist er mit dem Auto durchgefahren. Look at the sloping metal roof panel. Was ist da? Okay. Look at the broken posts. Ah, das heißt, das Ding ist nicht in den Kanal gestürzt. Oh, das ist in einer Zeit, wo wir schon dort waren. Allerdings, ich frage mich gerade, ob er das anpasst, wenn man das erst, keine Ahnung, nach dem fünften Tag oder so. Okay. Okay. What was the model of this phantom vehicle? There are two good candidates. The cupris 40 and the linear G22. Okay. Das ist ziemlich genau. Genau. It's about the right size. And the tire marks look like they came from the skinny tires, frequently found on that motorcade. Capris 40 ist gleich der Polizeiwagen, oder? The Capris 40 is a very popular model with bank clothes. Ah, doch nicht. Cops. Strippers dressed as cops und dressed strippers. Strippers dressed as cops und dressed strippers. Ah, das verstehe. Okay. Okay. The linear G22 is not a particularly popular model due to its peculiar proportions, which the manufacturer's design team probably thought about for too long. Okay. Okay. Also wahrscheinlich war es ein cupris 40. Okay. 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 Good. So many gans. I want to meet the driver and shake his ass. What kind of car do you think it was? Hmm. I think it was a good report. Yeah. That's quite likely, from what I can tell. I have some ideas about who it might have been. Yeah, I have no idea who it could have been. Oh. It had to be someone really cool and courageous. I would say that we were in a completely drunk state. That looks really like us. Someone dangerous. Perhaps this is somehow connected to the murder. Actually, never mind. I need more evidence to come up with a list of suspects. I suppose that narrows it down somewhat. Fortunately, we are not traffic cops. Should we get back to the murder? Yeah, natürlich. Okay. Challenging. Aber wir haben... Boah! Just one jacob-ears known. Boah, wir sind gut in conceptualisation. Na, das machen wir doch überhaupt. Weil besser können sie nicht werden. Besser als 92% geht nicht, weil zwei Einser sind immer ein Loss. Somewhere in the depths of your alcohol-adult soul, you find a few threats that you can weave into a story. This could have only been... Wer ist Jacob? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Wer soll das sein? The tip-top tourney champion? Wo haben wir den gesehen? After the untimely death of dear friend and fellow racer Alfie Denetras at Fjordhammer, Jacob Eerth was desperately chasing death on the race track. Death eluded him. Haben wir den schon gesehen? Sicher? The lieutenant patiently listens to the words coming from your mouth. After quitting in frustration, he became a recluse, a ghost driver searching for death on the streets of River Shaw's speedy. Oh, ich überlege. Ich denke mir das gerade aus. Jumping canals at night? If I was Jacob Eerth, I wouldn't drive in Martinelle. The roads are awful. Hm. In conclusion, it's a colorful theory, but I don't believe Jacob Eerth did this. Should we go? No. No, we need to find this Jacob Eerth before traveling. Right. On second floor, maybe this doesn't really warrant an investigation. We want all investigations. If we must. Oh, Kitsuragi, du bist so arm. I'm not expecting him to get far with this. The lieutenant consoles himself. Aber da ist ein Typ, mit dem können wir reden. Wer ist das? Haben wir mit dem schon mal geredet? Ja, wir haben mit dem schon geredet. Wieso haben wir das dann noch nicht gemacht, dieses Schild? Hast du es vorher nicht gesehen? Kann das sein? Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Ja, was auch immer. Wenn wir es schon mal gehört haben, dann ist es nicht so interessant. Okay. Okay. Der Salami, finde ich gut. Willst du es auch, Officer? Ich weiß nicht. Dann holen wir es dir auf einmal und dann geht es dir für ihn. Okay. Okay. Was ist das? Das haben wir aber noch nicht gemacht. Gelieft sind wir schon. Ah. Um rüber zu kommen, müssen wir das so machen. Okay, gut. Ein Miethochgipf. Verstehe ich. Hier ist der Wetterlogger auf Wednesday. Nein, der Trafikkollegang. Okay, gut. 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 Tuesday, also morgen. Mal schauen. Okay. So, wir haben ja letztens eigentlich die Information gekriegt, dass die da alle die Lady kennen. Ach, je mehr der Erste ist, fragen wir ihn zuerst. Bevor wir die anderen fragen. Ja, ich habe gehört, dass eine Frau ist, aber ich glaube, sie ist hier. Do you know, diese Lady Driver? Ich will nicht sagen, dass sie das. Ah, ja. Also, ich kann sie. Okay. Warum Sie wissen etwas? Was ist es? Ich meine, ich will nicht, aber ich muss deine Hilfe. Sie ist vielleicht involviert. Business. Okay, let's change the subject then. Was machen wir? Eins oder zwei? Hm, gute Frage. Was machen wir gerade den Weg heraus? Es ist nicht going to be her. all I can say is she isn't around here anymore she isn't some evil drug trafficker I asked you who's conducting the drug trade you said you didn't know now you're saying you do hmm who is the person what's her name who is she to you we could do it of course we could do it of course I told you I was hoping it's not her that she wouldn't be mixed up in it he still is hoping it's just wishful thinking on his boat not trickery it's true we would of course to lie but a kind artist tricky yeah drama du findest sicher nicht alles raus mit einem mit meiner dings mit meiner versoffenen birne emotional rhetoric he knew something and he didn't share it with you that's a fact who is this person what's her name who is she to you what does she look like a friend an acquaintance I don't know she was the only person in this damn jam I could talk to she's someone I don't want to write out to the law okay okay thank god I don't know people here call her the lady driver she kept her name a secret for me too now I see why okay 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 also die alte ist es definitiv nicht das ist ein das ist ähm auffällig das hätten wir schon bemerkt ah logic du bist so gut logic du bist so gut so gut schön dass ich dich so damn I don't want to please just let it go whatever she did it can't be that bad she's not a bad person I know that much okay we can't just let it go it's part of police investigation okay du bist so großartig dass du die bösartigen zachen sagst und nicht die ich sagen muss das ist wie es immer mit dir ist, nicht? alles Teil der investigation die Frau hat Probleme wenn du sie herunterlust, könnte sie nicht überleben ich kann das nicht auf meiner conscience haben okay es wird nicht kommen zu diesem wir werden sie nicht überlegen, das ist nur information ich glaube nicht ich glaube nicht ich glaube nicht, dass es wirklich ist ich glaube nicht, dass es wirklich ist ähm, okay, gute Frage, was nehmen wir da? ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich das eine nehme, kann ich das andere sicher nicht mehr auswählen vielleicht, wahrscheinlich na okay, versuchen wir das mal okay she's got the darkness in her the darkness the darkness that young person's darkness when you think it's all over and you're looking for a way out ah, is he by an emo she shared this with you yes which is why I don't want to snitch on her it's not snitching, it's just a few questions I was told everyone's afraid of her, you're not I heard the rumors I saw the other drivers looking at me strange when we talked and she told me too that she's had a violent life but I wasn't afraid of her more like for her ah, okay, good did this violent life include drug trafficking? well it looks like it did now but we didn't talk about that we talked about life, you know she talked about her mind he's a good guy he's a good guy even if he looks like a a big city vampire ah come on when she left did she leave her lorry behind? fuck man go grow someone else with these questions, okay? there are plenty of drivers here who couldn't stand her or were afraid of her they'd be more than happy to rat her out he's right there are other options hmm 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 the grey haired woman maybe she knows something nein die auf keinen Fall mit der kann man nicht reden wait this guy says their friends then acquaintances and he's okay with others ratting her out danke rhetorik is the einzig vernünftige hier yeah oh oh nein she's a suspect i need you to tell me where she is oh i can't finish the investigation this is forced for me empathie read me davon ab put the stuff in my shoes i need this for another investigation too it's important i can't blow it so you're all right with others ratting her out you just don't want your hands dirty das ist eine eine durchaus meiner meinung nach gute option rhetorik ist großartig danke rhetorik das habe ich nur beinetwegen gekriegt da bin ich mir ziemlich sicher fine i will drop the matter for now genau ah ok ich muss mal kurz pause machen ok i'm back ah verdammt das erste mal dass ich auf deutsch aufnehmen ist seit ewigkeiten ok ja wir nehmen das erste wir haben gesagt rechtrhetorik ist gut ok wir fragen den den wir wollen es einfach wow das macht mich fühlen wie ich mich wieder aufnehmen würde schlafen das würde auch mit meinen Rhymen helfen helfen ok dann gehen wir mal zu dem Nazi der will auf jeden Fall der will sie auf jeden Fall Looking for something, Ant? Kommt, du sagst mich wieder zu schlafen? ich weiß, du bleibst mich der mit mal zu spüren fess-up versorg、 der ladyStation ich weiß, was du erzählst nicht, was du sagst ich weiß, was du sagst warum gestacakt wurde zu schlafen dann schlafen ich glaube ich muss noch mal aufhören verdammt so nach der zweiten unterbrechung machen wir jetzt auch mal schauen ob man das noch schaffen in dieser session guter madre ok 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 wir lassen ihn das machen und noch mal werde ich unterbrochen beim aufnehmen finde ich gut sehr gut kind ok nicht nur die unions er hat peonies überall einige sagen er hat sie in der rcm dirty fucking peonies die Ich würde nichts sagen für ihn, Multiethnik-Drug-Addicts. Oh! Der Lieutenant adopts a Rodentine quality. Sei cool, sire. Er ist in das. Sie sind nicht peonies? Sie würden nicht ein Drug-Thing, wenn Sie wären. Nein, natürlich nicht. Wir sind nicht peonies. Aber wenn wir wären, und einer von Madre-Drivers wäre zu stehlen von ihm, dann ist es ein guter Peonies-Job, zu finden, wer das ist. Ich verstehe. Er ist unglaublich gut. Nicht schlecht. Schau ihn an. Es ist nicht ein schweres Job. Es dauert lange Zeit. Es macht Madre-Madre wunderschön. Aber ein schlusser Rassist ist in der Weg, zu retten, diese schlusser Tief. Ja, klar. Ich bin nicht gefährlich von dir, oder dem Mob. Ich bin unter der Protektion der Lorimann & Carters Guild. Ja, klar. Du hast den Körper in der Ceramik-Armor dort gesehen. Hatte seine schlusser kleine Guild ihn beschränkt? Nein. Du würdest ihn nicht einfach raus, wenn du... Ah. Kim ist so großartig, bösartig. Ah, ja. Uh. Wir haben aber nur zwei... Wir haben aber was zum Anziehen, um unser Half-Life zu verbessern. Okay, das machen wir jetzt. Wird dann so nah. Und... Wir gehen mal schnell da rein. Ziehen uns was an. Es gibt... Irgendwas habe ich mit Half-Life. Oder? Ah, das gibt ein Minus auf Half-Life. Nein! Half-Life ist was rotes. Physiker... Mit Zigaretten könnten wir unser Physiker besser machen, oder? Mit Alkohol... Items... Nein! Ähm... Tule? Ja jäh. Ich plus eins, Moral minus eins. Dann nehmen wir doch ein kalt einen Schluck von der Porto. Oh, Elektrochemistry, du bist nie bad. So I'll open the bottle. What will be the repercussions if I take the... Nothing. Some mental stuff. Nothing to be worried about. Physically, you'll be strong as an ox. Okay. Wir haben 30 Erfahrungspunkte gekriegt dafür. Oh, wir sind gut. Wir sind so gut. Wir sind so gut. Acht oder höher müssen wir würfeln. Wir sind so gut. Wir haben das geschafft, ja. Ah, das macht die... Macht die... Macht die... Macht die... Flasche in der Hand. Schau mal, Lori, right. Fuckin' now. The lady driver's lorry. There is it. Fuck you. I told you. I'm not gonna... There. His voice grows smaller as yours. I'm gonna... Rest my life. You understand? Giant kip. You're gonna be bleeding kip. You hear me? I've been to your fucking lorry. I know where it is. I'm gonna burn it down. You hear me? What's your name, fuckhead? I'm gonna go on police radio saying... This guy told Madred to fuck on. Ich glaube, es ist vollkommen egal, was wir machen. Wir nehmen das... Wir nehmen das... Wie sagt man? Anstößige. When did she go away? I don't know. I don't even know her name. She just rules with the fleet and acts like a big shot. Some dyke, probably. I haven't even seen her for days. Where exactly is her lorry? Down there. The green temple. Now leave me the fuck alone, okay? A small temple by the monument. Green. Let's get into that lorry. Looks like he got his adrenaline up, too. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ha, wir sind so großartig. Sollen wir dort reinschauen gleich, oder machen wir das das nächste Mal? Hm. Gehen wir mal rüber, auf jeden Fall. Gehen wir da rüber. Bei der Statue. Neue Sachen. Ein grünes Auto. Da ist... Ah. Da ist ein grüner Lorry. Und das war vorher auch nicht da. Na dann. Schauen wir uns das noch schnell an. Oh. This screen found, A to Z, Contemporer, is parked in the shadow of the ruins looming overhead. It seemed better days. Hm. This must be the one he told us about. Unless he was laying. The glass on the side windows is tinted and covered with dust. You can barely make out the shape of the seat and two steering levers. Okay. Versuchen wir mal, ob er offen ist. The door is locked. The handle looks shiny, like it's recently replaced. Hm. Okay. How are we going to get open, Kim? Use the prybar to smash the window. Open it from the inside. Good idea. I don't know how good it is, but this investigation has taken long enough. We can't afford it to take any longer. Okay. Wir brauchen die prybar in der Hand. Boah. Wir haben trotzdem nur eine 28%ige Chance. Echt jetzt? Das ist challenging. Ich meine, das ist ein blödes Fenster. Wir werden ja wohl ein Fenster mit dem Ding öffnen können. Uff. Ob wir das schaffen? Hm. Prybar in Hand. You take a hard swing at the window. A loud thunk rings out and the prybar bounces back, leaving a tiny spiderweb on the glass. Looks like the window might be shatterproof. You may have to rethink your approach. Hm. No, it's not shatterproof. Give me that. He smashes it into the window. Droplets of glass fly everywhere, shattering over the lorry floor and you can just reach in now. Okay. Dann machen wir doch stochkert. Smell of cigarettes and perfume welcomes you. The cabin inside is plastered with old movie posters. Actresses smile from the walls. There's a radio transmitter in the front and a toolbox tucked under the driver's seat. Some tools lie scattered near the pedals. Okay. Ähm. Wir brauchen die Toolbox raus. Slides out from the seat. It's empty, except for a folded newspaper. Unfold the newspaper. It's a issue of Petit Ferrique from last Wednesday. A piece of paper falls out from its pages. Okay. It looks like an article ripped out from a radio enthusiast magazine. Okay. Okay, das ist interessant. The U-Land frequency system? I've never heard of that before. I know of FM, AM, UKV, but... Okay. Push in the pull-out toolbox. The pull-out toolbox slides back into its nest. The rest is as it was. Radio, posters, a trace of motor ores smell under all the cigarettes. Okay. Na dann, add mal the posters. The posters are movie posters featuring starlets from long-forgotten films from the 20s, the teens, even the 90s of the last century. Das ist interessant. One of them particularly catches your eye. A centerfold of an ingenue attached right above the back seat. Start to just... The actress is draped in a sheathed dress. One of her shoulders bared. The faded remains of an autograph run across the poster. She's looking past the camera. Okay. Wait. Doesn't she resemble someone you know? But you can't put your finger on who exactly. Okay. This is Tijon, a starlet from the dawn of cinematography. Less of her talent than her tragic, untimely death. Oh. What happened to her? She wasted away in a drug den called The Door to the River. Not far from here, on Boogie Street. A mixture of cocaine and morphine. She was afraid of the world. And the camera, too. Okay. So PDF wird diese deprimierende Information. Na, dann schauen wir uns mal das an. Hmm. Okay. Why would anyone need so many radio stations? Is there anything we can do with the radio? For contacting an entire fleet of lorrymen, for example. Hmm. This is all shortwave, UW and UKV. Okay. We are dealing with an impressive organizational tool. The nerve center of a huge operation. With quite a range, too. Is there anything we can do with the radio? Uh, doesn't look like it. It's completely inoperable without a dial-key. Okay. The smell of a thousand cigarettes. Not only pit-on. Mm-hmm. You wedge yourself under the steering wheel to get a better look. Seems like the few tools lying around here. A hammer, a pair of pliers, a rusty wrench have been casually thrown there by the disorganized driver. Mm-hmm. But one odd detail does catch your eye. A piece of sandpaper has been glued to the throttle. Eh? Sandpaper adds extra grip. Looks like the driver has glued a piece of sandpaper to the throttle to offer some extra grip. Sandpaper. Another technique. A normal technique. Sandpaper would also rub off the pattern from the driver's right foot sole. Boot sole. Ah. Yes. He liked where this is going. Do the honors, he thinks. Connect it to yourself. One of the footprints at the crime scene had an aberration. One sole was smoother than the others. Which means that the missing lady driver was present at the lynching. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Mm-hmm. Light up behind this prescription lens. Wait. The missing body here. And she's also the one running the drug trade. What a handful. Just the drug smuggling. Now this. How deep does rabbit hole go? Always up to something. Ja, nein. Okay. Okay. Ich glaube, da können wir hier alles nehmen. Looks like her. And she's also the one. Now we know for certain who is the missing eighth person at the lynching. Do you think that Hardy and his boys could also be involved in a drug operation? Mm. Those jerks, definitely. I think the entire union is involved. Maybe even all of Martinez. Naja, okay. Das vielleicht nicht. Not necessarily. The lady driver could have kept the drug trade a secret. Let's just let's just go. This would fit what Joyce told us. But I don't want to make any assistance. We should still go and see what Titus has got to say on the matter. Are we finished with the lorry? Ich glaube schon. The movie stars are still smiling from the walls. You closed the rusty old lorry door. Great. I think we got everything. A word, detective? Before we... Yeah, 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 yeah. Okay. We want to talk again. Alright, we've finished here. Let's quickly debrief and go over what we found. So we don't do it in front of the company. Seems like something police would do. What do you think of all this? Honestly, I'm quite worried by what we've seen so far. The evidence seems to point to a rather extensive and well-organized operation. I'm especially intrigued by that radio transmitter, particularly the sheer number of stations it can connect. Looks like this alleged drug trade casts a wide net. This means it's well-funded. Technology like that. A major player must be financing it. Okay. I'm not sure what the Ulan frequencies are all about, but they may hold some significance. Perhaps it's a better way to connect between fleets while avoiding frequency bleed. Or maybe it's used to tap into RCM networks. Okay. Last but not least, it looks like the Hardy Boys knew this driver, as we know that she was present at the lynching. This may be the union connection we've been searching for. To stimmt, yeah. The probe and the case converged. He thinks. This was quite the find. Okay, what about the movie posters? How did they print this all into all this? God, he went to my court movies. So it turns out this is connected to the union. Like Joyce told us, yes, logistically. But don't expect to bust this open during our stay here. At best, this is an angle we can use against them, to other hands, as extra ammunition. Mmh, okay. We should return to the murder cave. See what Joyce tells us about the lynching. When we are done for the day, I call my station and suggest our narcotics department look into it. Genau. There are more than enough grounds to start an official investigation. Sometimes later, when we are done here. We do not want to get caught in that. Yeah, that's find ich auch. Das ist eine gute Idee. The fact that one hasn't started already gives me pause. An investigation I mean. Especially if the Madrid grouping is involved and I can't imagine there aren't. It's certainly worrisome. Corrupt. All the same, I don't like the idea of internal affairs descending on the matter. That won't help anyone either. Okay. What about the movie posters? Sollen wir das überhaupt noch fragen? Das ist absoluter Word. Naja, wie soll ich nicht? As elegant as they are, I don't think they are relevant to the drug trade. Hmm. Don't be fooled. Desire always plays a role. A lot of women there, especially for a lady driver's cabin. Maybe the traitor is some sort of cinephile. Could the film industry be involved? Yes, well. Unimportant. Unimportant. Okay, debrief over. Debrief over after you. Okay, gut. Das war's für heute, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss euch. Tschüss euch.